Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Mr. Schuze zu eurer neuen Folge Milan Talk. Ja, ich schaue noch mal einen raus, bevor mein Podcast-Kollege René sein Haus zu Ende gebaut hat. Da habe ich gedacht, ich schaue noch mal ein Video zum letzten Spiel gegen Lazio raus, Freunde. Und ja, schade, ne? Schade, muss man wirklich so sagen. Also es war wirklich wieder so ein Spiel, wo man, nachdem man sagen kann, wir waren wirklich gut und hätten mehr verdient gehabt. Und am Ende gehen wir mit leeren Händen nach Hause, beziehungsweise wir waren ja schon zu Hause. Also hatten dann wieder mal, ja, sind um den Lohn unserer Arbeit, wie sagt man so schön, wir sind um den Lohn unserer Arbeit gebracht worden. Immer Ausländer und diese deutschen Sprichwörter, das ist eine Katastrophe. Ja, und es war wirklich schade, weil wir hatten gegen den Ball, klar, weil es war jetzt kein berauschender Sieg, aber man hat ein schwieriges Team mit 1-0 besiegt und man konnte auf jeden Fall darauf aufbauen. Und wir haben gegen Lazio eigentlich gut in die Partie gefunden. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit, so die ersten 35 Minuten, haben wir die echt gut im Griff gehabt. Auch wenn die ihre Torchancen hatten und auch in Führung gegangen sind. Wir haben das gut gemacht. Will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Wir haben gerade im letzten Drittel, haben wir uns einige Torchancen da rausspielen können, haben wir gerade über die linke Seite, Alter. Theo Hernandez, der Typ, der ist wie so ein TGW, ne. Ey, das ist unglaublich, wie stark der Kerl ist. Der überrennt einfach mal drei Gegenspieler auf einmal, ohne dass er überhaupt dribbeln muss. Er rennt einfach an dem vorbei. So wie der Roadrunner, so mip, mip und ciao. Der Typ ist echt richtig nice. Er ist einer der geilsten Linksverteidiger, die wir seit Jahren hatten oder haben. Also der Typ versprüht wirklich teilweise Weltklasse. Er hat natürlich auch noch gewisse Defizite, wie dass er am Pressing mal gerne nervös wird oder einen schlampigen Pass spielt im Aufbauspiel. Aber ansonsten hat er schon einiges zu bieten. Ja, und der hat mir auf jeden Fall Freude auf mehr gemacht. Aber auch über die rechte Seite haben wir mit Castilecho. Der Typ hat ein überragendes Spiel gemacht bis zu seiner Verletzung. Der hat mir richtig gut gefallen. Nein, so einfach kann das sein. Ja, du gehst mal die Grundlinie entlang und zack, weiß keiner mehr, was du machst. Wir waren total unberechenbar. Lazio wusste nicht wohin mit diesem Castilecho. Er ist halt nicht immer nach innen gezogen und hat drauf geschossen und alle Tempo verschleppt. Nein. Er hat den Ball auch mal uneigennützig weitergespielt. Er hat das Tempo hochgehalten, ist mal die Grundlinie entlang gegangen und hat auch einen guten Abschluss gezeigt, wenn mal einen auf Susu gemacht hat. Also Castilecho hat mir sehr gut gefallen, hat auch gut nach hinten gearbeitet und umso trauriger und eigentlich bezeichnend für diese Saison. Also es war eigentlich symptomatisch für unsere Saison, dass der sich jetzt natürlich verletzen muss, gerade dann, wenn der ein überragendes Spiel macht. Und das gegen so ein Team wie Lazio, das war wirklich schade. Also da hat mein Herz wirklich höher geschlagen und ich war guter Dinge. Und ich glaube auch im Nachhinein, wenn wir Castilecho auf dem Platz geblieben, hätten wir die Partie gewonnen. Aber leider war es dann am Ende so, dass der Spanier verletzungsbedingt raus musste und dann kam Ante Rebic. Und ja Freunde, ich sympathisiere ja sehr stark mit Eintracht Frankfurt in Deutschland. Ich kenne Rebic ziemlich gut und das, was der da gestern gespielt hat, das hat, das, ich weiß nicht, wer dieser Rebic ist. Den habe ich schon nie in meinem Leben gesehen, zumindest nicht bei Frankfurt. Also Rebic steht ja eigentlich für diese Krinter, für Aggressivität, obwohl er, wenn er in den Zweikampf gegangen ist, war er aggressiv. Aber er ist auch ein Bulle, der einfach Kopf runter und dann geht er durch die Wand. Aber bei uns hast du wirklich gemerkt, der ist total verunsichert, der traut sich nichts. Also es ist nicht dieser mutige Rebic, den ich aus Frankfurt kenne. Und ja, hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass er kaum Vertrauen geschenkt bekommt. Aber wenn du dann reinkommst, dann musst du einfach Gas geben. Das ist halt, es ist nicht so eine Komfortzone, wie er in Frankfurt hat, wo er weiß, er spielt. Hier muss er wirklich sich in die erste Elf kämpfen und alles geben. Und als er reinkam, brauchen wir nichts schönzureden, war die rechte Seite bei uns leider tot. Das war wirklich schade gewesen, weil, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir auf der rechten Seite das Tempo hochhalten hätten können, dann wäre Lazio aber einiges um die Ohren geflogen gekommen. Es war wirklich schade. Es sah echt gut aus, die ersten Minuten. Auch Ben Asser mit einer sehr vielversprechenden Partie. So kennt man den eigentlich von Empoli. Er war ja der Spieler, der die meisten Balleroberungen hatte letzte Saison. Und er hat angedeutet, warum er diesen Preis inne hatte. Also ich denke mal, ihr habt genauso erstaunt geguckt, wie ich, als der da in Kamikaze-Manier da sämtlichen Lazio-Spielern den Ball in der Krätsche abgejagt hat, da reingesprungen ist. Und du gedacht hast, oh, der bringt den jetzt um und auf einmal hat er den Ball an den Füßen. Und der Lazio-Spieler ist ohne Ball weitergelaufen. Aber auch am Ball war der mutig. Er hat Probleme gehabt am Anfang der Partie. Er hat dann noch so seine Fehlpässe gespielt. Aber der hat einfach weitergemacht. Der hat einfach weitergemacht und er hat sich dann in die Partie reingesteigert. Genauso muss es sein. Wenn du Fehler machst, Mund abputzen weiter. Mach es beim nächsten Mal besser. Und Ben Asser hat sich immer mehr gesteigert in der Partie. Und man kann sagen, er entwickelte sich quasi zum alten Ben Asser von Empoli. So, wie wir ihn eigentlich sehen wollen. Und warum Maldini und Coen ihn natürlich auch geholt haben. Und am Ende muss man sagen, war er der Spieler mit den meisten Balleroberungen bei uns. Elf Stück hat er wiedererobert. Das war schon ein krasser Wert. Der hat meines Erachtens gefühlt die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gehabt. Und ja, auch sein Passspiel war relativ sicher gewesen. Nach der unsicheren Anfangsphase hat er sich gesteigert. Konnte auch zwei Großchancen einleiten. Und der war überall. Der war überall. Und genau so will ich den haben. Genau so. Kleines Wehmutzeugnis kann man sagen. Ben Asser muss halt noch so. Er ist noch jung. Du merkst, so sein Positionsspieler ist noch nicht ausgereift. Gerade bei gegnerischem Ballbesitz rennt er manchmal zu wie so eine kleine nasse Ho. Rennt er auf den Gegenspieler drauf. Und wenn er den Zweikampf gewinnt, ist es gut. Aber wenn nicht, dann haben wir eklatante Lücken hinten. Und dann ist gerade in dem Raum vor der letzten Viererkette, also vor unserer Abwehrreihe, ist da natürlich Platz. Dann ist da zum Beispiel Platz für einen Luis Alberto, der in Ruhe gucken kann. Wo spiele ich den Ball jetzt in die Schnittstelle? Also das sind dann so Sachen, ich denke, das wird Pioli Ben Asser auch mitteilen, dass er da wirklich nur dann Druck auf den ballführenden Spieler macht, wenn er abgesichert ist. Und zweitens, er auch den Zweikampf gewinnt. Also da kriegst du ein Gefühl für mit der Zeit. Und es waren leider oft Situationen, wo er rausgerannt ist und klar, sicherlich gut gemeint hat, aber dann den Zweikampf verliert. Und dann wird es richtig gefährlich. Das war halt so die Sache, so das kleine Wehmutzeugnis. Aber an sich scheint Ben Asser auf einem guten Weg zu sein und hat mir auch sehr gut gefallen. Dann, ja, kommen wir mal zu einem Spieler. Charla Nullo war auch gut. Ich finde, Charla Nullo ist sowieso sehr Pioli, da ist es ja ein ganz anderer Spieler. Also da können wir eigentlich auch einen Haken dahinter machen. Gehen wir mal zu unseren Metzalas. Ich fand, Paqueta, der Kerl, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer er ist, aber das ist auch nicht der, den wir vom letzten Jahr kennen. Also unter Gattuso hat er mir wesentlich besser gefallen. Als Halblinker Metzala war er für mich effizienter wie auf rechts. Also ich weiß nicht, ob es an der rechten Seite liegt, dass er da nicht sein, wie sagt man, sein Leistungsvermögen vollends abrufen kann. Auch er vertribbelt sich gerne, ist zu verspielt, spielt schlampige Pässe und bringt uns dadurch in sehr unangenehme Situationen. Und auch natürlich den Gegner in Spionofon, sicher ist dein eigenes Team damit. Fand ich sehr schade und Paqueta kann mehr. Auch die Großchance, die er hatte, zu leichtfertig vergeben. Das war eher ein Rückpass, den er da in der ersten Halbzeit zum Tormann gespielt hat. Fand ich sehr schade, da war mehr drin gewesen. Und wir alle wissen, dass Paqueta wesentlich mehr Potenzial hat, aber das, was er momentan abruft, ist halt zu wenig. So, und die zweite Metzala-Position mit Rade Krunic. Krunic hat halt so den Allrounder gegeben in dem 4-3-3, was wir gespielt haben. Aber Krunic, also was positiv war, er hat auf jeden Fall einen Großteil seiner Zweikämpfe gewonnen. Ich meine, er hatte acht Zweikämpfe und hat sechs davon gewonnen. Zweikampftechnisch super. Er hat für die Balance auch gesorgt und hat auch immer wieder Teo Hernandez nach hinten hin versucht abzusichern. Aber nach vorne kam von Krunic gefühlt nichts. Passgote war bei ihm auch nicht so gut. Irgendwas im 70er-Bereich, was zu wenig ist für einen Metzala. Und daher muss man sagen, so nach vorne hin hat er noch Luft nach oben. Aber auch Krunic musste sich erstmal festspielen, dieser Truppe. Der braucht Zeit. Und ich fand es gut, dass er Kessier auf die Bank gesetzt hat. Weil Kessier haben wir gesehen in den letzten Jahren, dass bei ihm, er hat eine lange Leitung. Der letzte Pass fehlt einfach bei ihm. Und man hat das Gefühl, er entwickelt sich da einfach nicht weiter. Krunic ist schon fußballerisch der bessere Allrounder. Wir müssen halt nur sehen, ob er das auch im Druckkessel San Siro mal abrufen kann. Er hat es drauf. Aber vielleicht braucht er noch ein bisschen Vertrauen und auch ein bisschen Spielzeit für sich an das System von Pioli zu gewöhnen. Aber an sich war eine Leistung, worauf du aufwachen kannst. Krunic hat das gut gemacht. Auch SMS hat eigentlich nicht viel gemacht. Und das sagt auch einen guten Teil an Krunic, dass der den aus dem Spiel genommen hat. Und ja, also da haben wir ihn mit Salas mal abgegrast. Pio und Teg, da tue ich mir schwer, wenn ich ehrlich bin. Weil klar, er hat eine Bude jetzt gemacht. Wird zwar als Eigentor gewertet, aber das sind eigentlich genau die Dinger, warum wir den sehen wollen. Zeigt aber auch, also ich finde, er hat verbesserte Formen, eine verbesserte Form demonstriert. Aber so im Pioli-System hast du das Gefühl, ein spielstärkerer Stürmer würde uns das schon besser tun. Ja, muss man halt schon klar sagen. Dass Pio und Teg aber spielt, finde ich, aktuell besser wie Leao. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil mir Leao in den Phasen, wo wir nicht im Ballbesitz sind, gar nicht gefällt. Ja, der Typ fängt gerade wieder an wie Balotelli. Ich habe euch das schon beim letzten Milan-Talk angedeutet. Seine Körpersprache hat mir nicht gefallen, so lustlos. Und wir haben das ganze Spiel über ein ordentliches Pressing gehabt. Und als Leao reinkam, war das Pressing vorbei. Weil er nur noch halbherzig die Abwehrspieler angerannt hat. Und die genügend Zeit hatten, sich den freien Mann auszusuchen. Die anderen haben alle ordentlich gepresst, haben die Passwege zugestellt. Und er joggt, obwohl er frisch war, die Leute halbherzig an. Ja, das geht gar nicht. Also es ist ohne Scheiß. Leute, ihr kennt mich von früher. Ich habe mich da bei Balotelli schon immer tierisch drüber abgefuckt. Ich mag sowas gar nicht. Du kannst so talentiert sein, wie du willst. Aber wenn du mit so einer Attitüde anfängst, ey, dann raus. Wenn ich Trainer wäre, der Typ, der wird bei mir sofort Primavera spielen. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Denkt er, er ist cool oder was? Was will er damit signalisieren? Egal, was er signalisieren will, er ist kein Teamplayer. Und das sind so Sachen, da habe ich den Spieler ganz schnell gefressen. Und ich hoffe, der Typ kriegt seinen Arsch in die Hand und schaltet seine Synapsen mal an, dass er nicht nochmal so eine Scheiße macht. Weil da wird er nicht weit kommen. Da wird er nicht weit kommen. Also egal wo, bei welchem Verein. Nur weil er jetzt mal ein paar Leute ausgetribbelt hat und ein schönes Tor gemacht hat. Weiß ich nicht, ob er jetzt denkt, der wäre Ronaldinho oder so. Also mit sowas befördert er sich ins Abseits. Da können wir auch ganz vorne einen Rebic reinstellen. Da kriegt er auch noch hin. Der presst wenigstens ordentlich. Ne, also... Leao, ganz ehrlich, Freunde, haut mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn gesehen habt. Weil er eigentlich ja schon ziemlich beliebt ist. Er hat mich natürlich auch begeistert am Anfang, aber das geht nicht. Nicht in unserer Lage. Und es ist scheißegal in welcher Lage, sowas macht man einfach nicht. Und das ist ein reines Charakterproblem. Bei Leo Duarte war ja auch ein Mann, den er neu gebracht hat. Fand ich gut. Fand ich gut, dass er ihn mal aufgestellt hat. Duarte hat auch 100% seiner Luftduelle gewonnen. Er hat den Großteil seiner Zweikämpfe gewonnen. Also er hatte eine sehr positive Zweikampfbilanz hinten. Aber die beiden Tore, die gefallen sind. 1-0 von Immobile geht auf seine Kappe. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie kann er 100% seiner Luftduelle gewonnen hat, wenn er gegen Immobile verloren hat. Ich denke mal, dadurch, dass er gar nicht so richtig bei Immobile war, wurde das nicht als Zweikampf gewertet in der Statistik. Aber man muss halt sagen, das hätte er antizipieren müssen. Und du darfst Immobile halt nicht in so einem Moment aus den Augen lassen. Ist natürlich immer leichter gesagt wie getan. Du siehst, Lazari geht flanken. Du musst quasi im selben Moment Lazari im Auge behalten, wen er anvisiert. Aber du musst auch den direkten Gegenspieler und deine Umgebung scannen. Das ist, ich weiß es, ist schwer. Es ist in einem Bruchteil von einer Sekunde nur mal schwer, beides im Blick zu haben. Aber als richtig guter Innenverteidiger musst du es halt können. Wollen wir jetzt mal mit Duarte nicht so streng ins Gericht gehen. Er kommt aus Brasilien, da herrscht einfach ein anderes Niveau. wie in Italien. Aber ich hoffe, dass er daraus lernen wird. Ansonsten hat er gute Ansätze gezeigt. Wobei man auch beim 2-1-Sieg-Treffer sagen kann, da sieht er auch nicht so gut aus. Die Situation war ja diejenige gewesen, dass, ich meine, Luis Alberto hatte den Ball, rennt auf unsere letzte Dreierreihe hinzu, an der er Calabria stand, der gar keinen Gegenspieler gegen sich hatte. Duarte war zentral und Romagnoli war nicht auf derselben Höhe wie beide, war noch am Zurückschnellen. Duarte sieht ja, dass, wie heißt das, Korea locker einen Meter vor Romagnoli war. Und dann hat er genau in dem Moment, als Luis Alberto den Pass spielen wollte, macht er den Schritt nach vorne. Ich weiß nicht, ob er Korea abseits stellen wollte in dem Moment, oder ob er Druck auf Luis Alberto ausüben wollte. Das ist die Frage. Das weiß nur Duarte am Ende. Aber die bessere Entscheidung wäre gewesen, dass er den Passweg zu Korea zustellt, weil Romagnoli einfach noch zu weit weg war. Er kam nicht mehr hin. Lazio hat halt sau schnell umgeschaltet. Und das ist ja charakteristisch für Insagis Mannschaften, dass sie sehr schnell umschalten können. Egal ob Immogulo oder Korea, die haben da ein richtig hohes Tempo. Ja, und in so Situationen, sah der Duarte natürlich nicht gut aus. Es gab noch so ein, zwei andere Pässe von Luis Alberto. Da sah die ganze Abwehr richtig schlecht aus. Sei es Calabria, der schlecht im Raum gestanden hat. Duarte, der es nicht durchschaut hat. Und ja, muss man halt abwarten, wie sich das Stellungsspiel des Brasianers in den nächsten Wochen entwickelt. Ob er schnell antizipieren kann und schnell adaptieren kann, dieses neue Niveau, was in der Serie A herrscht. Aber so an sich war es gegen so eine Mannschaft wie Lazio, die jetzt natürlich von einem Champions-League-Platz grüßt, war es okay. Ja, es war jetzt okay für Duarte. Aber war jetzt schon der zweite Einsatz, wo mir sein Stellungsspiel nicht gefallen hat. Unter Giampaolo hat er auch gespielt, ist er eingewechselt worden und da sah er auch schon manchmal dumm aus, aber da sahen alle, unter Giampaolo sahen halt einfach alle scheiße aus. Da muss man halt auch dabei sein. Ja, Freunde. Also, ja, wie ihr seht, es gab auf jeden Fall Lichtblicke, aber die Probleme, die wir in den letzten Wochen angesprochen haben, bleiben natürlich. Wir sind nicht abgezockt genug. Ja, wir sind zu grün, Schneeblick, zu naiv kann man sagen. Wir nutzen unsere Möglichkeiten halt auch nicht, wenn wir welche bekommen, was halt auch charakteristisch für so ein junges Team einfach ist, dass man vielleicht die bessere Mannschaft ist, aber einfach nicht abgezockt genug ist. Und Lazio war einfach das abgezocktere Team. Da kam dann halt mal ein geiler Steilpass oder ein tödischer Pass und danach machen die ihre Chancen auch eiskalt und dann stehst du halt dumm da. Lazio hat wie ein Spitzenteam gespielt und wir halt wie so eine naive junge Truppe. Und ja, da müssen wir halt den Hebel ansetzen. Die Kerbe hat auch Fabio Capello beispielsweise geschlagen. Der hat auch gesagt, er sieht keinen Leader. Er sieht auch keinen Kapitän. Halt nur jemand, der die Kapitänsbinde trägt. War schon auch eine böse Schelle gegen Romagnoli. Aber im Endeffekt hat er ja recht. Im Endeffekt hat Capello recht. Uns fehlen halt einfach die Leader-Typen. Und wir können halt jetzt wirklich nur bis zur Winterpause hoffen, dass der Abstand zu den internationalen Plätzen nicht zu groß wird. Dass sich gewisse Gerüchte wie Rakitic, Motric, Ibrahimovic, alles Itch, merkt man, dass solche Leute dann den Weg zu uns finden und vielleicht auch noch einen guten Innenverteidiger, der einfach auch eine gewisse Routine hat. Keine Ahnung, oder ein Kaldara, der irgendwann fit wird. Wobei ein Kaldara auch seine Tauglichkeit noch in der Viererkette nachweisen muss. Das ist ja die andere Sache. Und ob der nach seiner langen Verletzung auch direkt einschlägt, bleibt die andere Sache. Muss man halt auch dabei sagen. Aber wir müssen halt gucken, dass wir uns dann auch irgendwie in die Winterpause schleppen und so schnell wie möglich da unsere Leader-Typen bekommen. Anders werden wir den Laden nicht ans Laufen kriegen. Dafür ist unser Team noch zu jung und zu grün. Und vor allem lassen wir uns zu schnell mental beeindrucken, wenn wir ein Gegentor bekommen. Das ist halt wirklich ein Problem. Und teilweise fehlt halt dann auch einfach die Qualität auf gewissen Positionen. Auf der Rechtsverteidiger-Position, Innenverteidiger-Position fehlt uns Qualität. Wir brauchen noch einen richtig krassen, routinierten Mittelfeldmann, der uns leiten kann. Also ich tue mir schwer. Rechts, außen, Kassilejo kann halt auch nicht das Maß aller Dinge sein. Und Susu habe ich halt schon abgeschrieben. Also so gesehen hätten wir noch einiges zu tun, Freunde. Kassel auf rechts außen kann es auch noch jemanden holen. Und Czalanullo, finde ich, macht seine Sache gut. Und ob Rebic auf links, was ja eigentlich seine angestammte Position ist, ob er da mehr geliefert hätte, weiß ich nicht. Als Backup ist er okay. Ich setze da eher auf Czalanullo, der mir sehr gut gefällt unter Pioli. Aber über die rechte Außenbahn müssen wir halt immer abwarten. Weil von Susu verspreche ich mir eigentlich nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Den müssen wir echt loswerden, Freunde. Wir haben jetzt gesehen, wie geil das sein kann, wenn der nicht da ist. Insofern wir auch mit Kasselich schon einen fitten Mann haben. Und vielleicht noch jemand anderes, der da funktionieren würde. So ein David Neires oder so, der auch schon mit uns in Verbindung gebracht worden ist vor ein paar Wochen. Das sind schon andere Kaliber, mit denen kannst du da schon arbeiten. Ja, Freunde. Also wie gesagt, wir brauchen Liedertypen. Die Effektivität fehlt. Die Qualität auf gewissen Positionen. Ja, der Charakter des Teams natürlich auch. Ja, das sind so die Probleme, die wir haben. Und natürlich auch ein Knackpunkt, dass wir momentan mutig nach vorne spielen, fordert natürlich auch sein Tribut in der Defensive, weil wir dadurch, dass wir auch ein gutes Gegenpressing ausführen und auch ordentlich pressen vorne, kommt es halt trotz alledem auch vor, dass wenn der Gegner ein Konter fährt, ziemlich viele Spieler von uns aufgerückt sind. Oder wir spielen auch mit extrem hohen Außenverteidigern. Das sieht man ja auch mit Hernández, der sehr, sehr offensiv ist. Und dann musst du natürlich die Leute ins Eins gegen Eins gehen lassen. Wir sind dann meistens, wenn der Gegner seinen Konter fährt, maximal ein Mann in Überzahl und haben dann natürlich unsere Probleme. Und dann ist Zweikampfstärke gefragt. Also das Spiel von Pioli ist auch risikoreich. Wenn du die passenden Spielertypen hast, die zweikampfstark sind, kann sowas funktionieren. Wir tun uns aber, wie man gegen Lazio gesehen hat, noch schwer damit. Muss man halt dabei sagen. Da müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch die richtige Balance finden. Oder halt einfach gewisse Spieler holen, die zweikampfstärker sind, damit so ein System auch funktionieren kann. Liebe Freunde. Gut, haut mir mal in die Kommentare, wie ihr die Partie gesehen habt. Seid ihr noch frohen Mutes? Oder habt ihr mit Pioli jetzt auch schon abgeschlossen? Das geht ja immer schnell. Und ja, haut mir das mal in die Kommentare, liebe Freunde. Und dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle hier wieder dicht. Ja. Und ja, ich werde zu gegebener Zeit noch ein Video machen zu Patreon. Patreon. Weil, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und wenn der Podcast losgeht, dann sollte es eigentlich so sein, dass kein Milan Talk mehr kommt. Aber, wie gesagt, über Patreon wäre jetzt die Möglichkeit da, dass es eine Zukunft gibt. Ich habe mich jetzt da mal ein bisschen vorbereitet. Und ja, ich werde da auch noch ein spezielles Video zu raushauen. und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie auf einen Nenner kommen. Alles klar. Liebe Zifusi, haut rein. Ich würde sagen, alla prossima. Ci vediamo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.